Agrasana ist die Gipfelstellung, die Spitzenstellung. Agrasana wird in verschiedenen Hatha-Yoga-Texten beschrieben, erwähnt, aber nicht wirklich beschrieben. Agrasana könnte man ähnlich sehen wie Parvatasana oder Himalayanasana, auch Stellungen, die sich beziehen auf Gipfel und Berge. Felix zeigt eine Variation, die als Agrasana, als Gipfelstellung bezeichnet werden kann. Komme in den Lotus oder eine andere kreuzbeinige Stellung, hebe die Arme hoch, gib die Handflächen zusammen und lass die Fingerspitzen zum Himmel zeigen. Seid aber ganz aufgerichtet Brustkorb gewölbt. Und so wie der Gipfel eines Berges zum Himmel zeigt, so lass die Fingerspitzen zum Himmel zeigen. Und ähnlich wie wenn du einen großen Gipfel anschaust, du dich mit dem Himmel verbunden fühlst, fühle dich verbunden mit dem Himmel, mit dem Unendlichen, mit dem Ewigen. Fühle deinen Geist erhaben, wenn du Agrasana übst.